So, hallo. Guten Abend, ihr lieben Zuschauer und Zuschauer. Herzlich willkommen an den YouTube-Körnern, in deiner Chance auf der Suche nach neuen Abendtagen. Kollegen, wir haben einen Fall. Und das war die Wattstraße. Justus Jonas von den drei Detektiven. Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermau treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Ein berühmlicher Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad Just. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow. Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Leute, das war echt ein knapp Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier sprungst du. La Draculaia, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Storys und in der Welt in unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus, Fiona. Ich komme ja, Tante Mathilda. Nur im Kino.